Vor zehn Jahren hat im Jeferschen Schloss mit der Unterzeichnung der Resolution zu Jefa alles begonnen. Das Treffen war der Startschuss zur Gründung der Europäischen Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten. Nun, fast zehn Jahre später, folgte im Jeferschen Schloss erneut die Verabschiedung einer Resolution zu Jefa der Metropolregion Nordwest. Eine neue Wanderausstellung zeigt auf insgesamt 25 großen Bildtafeln beispielhaft, wie viele Schätze, innovative Ideen und kluge Köpfe die Metropolregion zusammengeführt hat. Untertitelung des ZDF für funk, 2017